Grüßt mich bitte, heiße Zakaria. Zakaria, die erste Hände, da haben wir zehn Minuten miteinander gesprochen, was willst du werden? Grüßt mich, heiße Zakaria, zwei? Hast du Kinder, bitte grüße mich, heiße Zakaria, willst du mich verarschen? Bist du glücklich? Phasenweise ja, weil der Job beinhaltet viel Druck und der macht mich oft unglücklich, weil die Menschen messen nicht immer nach deinen Erfolgen und das finde ich nicht cool, das macht mich teilweise sehr unglücklich, aber wenn ich zu Hause bin, bin ich glücklich. Ich habe einen Platz in meiner Couch, der hat eine Kerbe drin, also der hat echt immer Glück und das ist Zentrum meines Universums. Auf der rechten Seite sitzt immer mein Sohn, auf meiner linken Seite sitzt meine Frau und dann ist alles cool, aber die Leute erwarten viel von mir und das nervt mich manchmal. Kommt ein Deutscher in die Dönerbude, führe den Fitz fort. F*** dich. Kannst du uns grüßen, wäre lieb. Liebe Grüße, Reihe 16, Platz 118, 16, 17, Müllebette und Lilian. Grüß mich bitte, heiße Zakaria. Wie süß bist du denn? Bin jetzt... Wann wirst du mich verarschen? Ey Leute, ich erzähl keinen Scheiß, grüße mich, heiße Zakaria. Ey, wenn jetzt noch einmal kommt, wie kann man dich klären? Grüß mich bitte, heiße Zakaria. Nein, nein, nein.